ding meine tochter die kleine süße hat sich flammkuchen zum abendessen gewünscht habe ich lustig packung schon zerrissen flammkuchen von dr oetker bistro dr oetker bistro flammkuchen elsässer art hauch dünn und kross 2 euro 2 euro 50 und ich habe mir zwei stück damit ich euch sagen kann wieder schmeckt und damit ich euch sagen kann der selbstgemachte schmeckt immer besser immer kostet 10 euro wenn ihr den selber macht kostet kilo vielleicht drei euro ganz einfach gemacht ein pizzateig rollt den dünn aus nehmt creme fraiche kräuter zwiebeln und schinken oder speck belegt es damit backofen fertig flammkuchen aber der ist natürlich auch lecker wenn er mit 10 euro pro kilo auch recht teuer ist aber gut schmeckt ist gut gibt es nichts zu sagen eine kleine low carb sünde ist egal wir sind ja unter uns ja ich mache das halt low carb low carb heißt ja nicht keine kohlenhydrate sondern wenig deswegen es sich im moment eiweißbrot von viva vital leute das schmeckt super das schmeckt wie ein vollkornbrot das ist das erste eiweißbrot wo ich sage top das schmeckt super richtig geil mit der klasse die und so wird schon kein reis keine kartoffeln keine nudeln nur fleisch und salat und gemüse aber bis droht ältester art das schmeckt ich gut verraten mich wegen low carb und sogar niemandem sagen bleibt unter uns muss ja keiner wissen ich will wieder unter 100 kilo kommen ich habe nämlich die 26 kilo die letztes er verloren habe wegen meiner ganzen operation habe ich nämlich längst wieder drauf bis auf zwei kilo also als das ganze angefangen hatte hatte ich 100 106 glaube ich jetzt habe ich 100 und ich hatte 16 kilo habe ich verloren 16 kilo so im dezember glaube ich hatte ich 90 kilo oder ja so was 90 kilo und habe wieder 10 kilo sind wieder drauf und da möchte ich auch bleiben also 100 kilo wohlfühl gewicht ja klar es ist immer noch zu viel sind 15 kilo übergewicht aber wohlfühl gewicht ja wen mein ranzen stört der soll nicht hingucken ganz einfach meine füße tun nicht weh wenn ich laufe und aber ich will wieder unter also auf 98 welch gern ja und diese zwei kiel sind verdammt schwer und ich versuche jetzt mit low carb ja mal gucken ob es hinhaut heute morgen hatte ich 100 komma 8 ja das ist doch schon mal was also ich habe es bald 99 kilo 98 so achte vielleicht sogar 95 das wäre super 25 kilo wäre super ja hauptsache gelabert ich fühle mich so wohl gerade ich weiß auch nicht warum war lecker so lecker